brr brr wie der erst versuchte einzunehmen er möchte ich vortreten er möchte mich herausfordern ich habe genügend gold war ich so gestehen ist das portal ist deaktiviert da ist die aktiviert mitkommen mitkommen den kaufmann sein das ist doch herrlich damit kann man wieder in andere staaten damit hätte es dem herr jetzt wahrscheinlich nicht gerechnet dass ich einfach so dreist bin und am tor vorbeilaufen würde soweit es mal deaktiviert ist eigentlich müssten wir jetzt angreifen das ist so schade drum aber na gut ist so dankeschön als gar nichts was ist die musik so gerade ein echter kurte mit hinderkontrolle ok es wird später es wird später in der nacht auf dass ich weiter ändern möge je bedacht ok leute erst mal bei pumpen das sind so viele von den neuen job dankeschön dankeschön genau das was der arzt verschrieben hat müsste alle bogenschützen werden hier keine bogenschützen werden dann habe ich oh gott oh gott ja 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 ist gut ist gut für alles mit und alles mit ins hauptquartier da werdet ihr neu ausgerüstet werden von mir mit der creme de la creme der technologie die ich euch anbieten kann nicht so viele leute ok jetzt gucken wir noch dass wir vielleicht ein paar mehr leute noch wieder her holen solange ist doch möglich ist dankeschön ihr zwei schlechter hier kommt sagt wer hat untertan hier gibt es kein davon sprechen dankeschön sechs weitere heißt sechs weitere bogenschützen für zirka ich muss mal gucken an welchem tag ich überhaupt gerade bin wir haben flugviecher wir haben trolle wir haben jede menge kleine mistviecher nicht das schönste was man sich vorstellen kann aber naja so eine hier noch und soweit der rest kommt will sich wahrscheinlich über freuen dass er mir hier an der waffe dienen kann und ja ich warte gerade extra bis der ganze schwall an flüchtigen jemand trifft schön etwas essen danach kann ich nämlich meine ganzen lage nämlich von vorne auffüllen und bevor ich dann dankeschön danke ist gut ist gut danke kommt ihr erstmal nach vorne als anderes k2 drang ich also erst wenn sich wahrscheinlich erst mal hämmer stamm ist auch nicht verkehrt ein paar mehr bauarbeiter kann ich mehr als gut vertragen aber so lange der großteil hier noch mit dem hier unterwegs ist sei überhaupt nichts dazu da kommen ein krone machen für die notwahl müssen wir immer etwas in petto haben so hat sich ein ritter geschnappt holz geschnappt okay haben wir noch ein paar flüchtlinge oder war es das der flüchtling strom okay gut sei ich nicht nein dazu ach ihr zwei kommt auch noch okay da gleich noch dann warte ich noch kurz einmal bevor ich wieder geld holt nach rechts gehen ist eins das zu lieben gerne behalten machen wir nämlich operation angreifen es rede eine runde halten wir noch ohne weitere verstärkung aus okay wo kommt ihr noch mehr das sind wie das ist ziemlich viel ihr habt bestimmt auch wieder was oder natürlich habt ihr was und warum geht es auf die rechte ihr müsst auf den linken bleiben heute ich plane oh gott oh gott oh gott ich plane gerade was so richtig deftiges und bräuchte dazu eure hilfe natürlich auch der der bauarbeiter der bauarbeiter können wir hier nichts erreichen dankeschön 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 haben wir vielleicht irgendwelche ritter hier irgendetwas zum angreifen okay ich glaube noch mal durchkommen können und hier war schon wieder niemand diesmal können wir nicht nach vorne durchgehen verdammt noch eins okay ja bestimmt irgendein bauarbeiter der das ding hier für uns abholzen kann irgendjemand also irgendeiner von euch muss doch nach vorne kommen können es kann nicht sein dass ihr alle 5000 jahre braucht um da mal vorzukommen heute jetzt da dankeschön wunderbar wunderbar ich brauche ich euch und die ganze siebte kalorie nein ich muss sie tagsüber angreifen verdammt okay weil bis die nämlich alle wieder runde kommen und die soldaten und alles drum und dran nimmt es mit du kannst besser gebrauchen als ich nun muss lieber noch mal ein paar mehr leute weil ich lasse schon die ganzen münzen fallen merke keine bauern mehr bauen sie gut bauen sie fein bauen sind geradezu viel da so einmal kurz was fressen ich meine wir haben wir ziemlich viel zack zack wir haben viel wir haben sie das sagen zu tunkel warst du hier noch gar nicht du kannst irgendwas voll machen das mir relativ egal sie dass ihnen braucht die wir eigentlich gar nicht mehr oder nehmen er ist zwar so von finanziell her ist natürlich besser wenn man das sagen kann hey er sorgt dafür dass irgendwas komplett aufgeführt ist aber an sich dafür dass gerade immer irgendwas auf wir bräuchten sagen wir das voll haben könnten aber nichts zu gehen kommen noch ein paar weiteres kommen noch vier weitere heißt die bogenschützen werden alle auf jeden fall verbraucht werden soll ich noch kurz warten zwei stück dann kommen keine mehr kommen von der anderen seite noch welche da kommt noch einer drei gehen wir mal rüber schauen was machen können dankeschön dankeschön müssen wir noch eines abwarten und danach ein paar leutchen hohe nee komm wir machen es einfach wir müssen der gefahr einheit gebieten das hat ich kann die leute mehr als nur vollpumpen mit der kohle mit haben wir sogar glück und wir können angreifen wenn das portal deaktiviert ist auch ernsthaft sind gerade ein paar hochgeploppt haben sie es haben sie schon wieder nicht geschafft oder was doch sie haben es funktioniert es hat gar funktioniert ok das machen wir noch dass wir der glorische abschluss diese folge werden ein angriff auf das gegnerische portal jungseite breit ich schaue noch nicht so bereit aus aber es macht nix ich bin ich bin bereit wenn ich bereit bin seid ihr das auch es ist aktiv es ist seit aktiv aber ok da kommt scheiße auf alle mal nach vorne rücken und ihr nehmt mir alles nach gold mit was ich euch gegenspuck nein ihr sollst noch mitnehmen jungs ok warum sind hier ach komm schon ihr spuckt auch noch geld aus so ich bitte euch heilt sie zurück heilt sie zurück ich habe genug geld um sie alle abzufangen so wunderbar sie können nach vorne springen sie können das geld auch mitnehmen alles ist gut alles ist gut selbst wenn es die explodiert und die hölle auf erden ausbricht wir sollten rein theoretisch der lage sein das ganze zeug aufzuhalten dankeschön dankeschön ich habe genug gold ich habe mehr als genug gold tieristen vollgepumpt mit gold bitte lass es einfach nur zerstört werden ok wir versuchen es wir versuchen es dass mir zwei hier und die glorreichen ritter werden es gleich von mir unterstützung erhalten wobei es ist noch vollgepumpt wir haben den siegen der bogenschützenkönigin Göttin also beiden irgendwas muss auf jeden fall sein Autsch Klalala Auf der ganzen weiten Welt Oh Gott Könnest du mich in Ruhe lassen? Vielen lieben Dank, Dankeschön Oh Gott, dein Latt, nimm Nimm das Geld weg Nimm dir das Geld weg Oh fuck Oh fuck Ähm Ich werde doch bestimmt irgendwelches Geld nicht nehmen Oh Gott Oh Gott, oh Gott Das war ein böser Fehler Das war ein böser Fehler Es ist noch nacht Es ist noch nacht Gib mir Geld, gib mir Geld Gib mir all eure Geld Dankeschön Ich werde es einzusetzen müssen Oh Gott Sagen wir es, dass diese eine Gorilla weg ist Wäre schon gar nicht mal so schlecht So, hier, hier, hier Nimm, nimm, nimm das Geld Oh Gott Leuchttchen Alarmstufe Rot Alarmstufe Rot Ich habe mich verkalkuliert Ich habe mich verkalkuliert Oh Gott Nein, 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 nein Haben wir vielleicht noch ein paar Irgendwie, irgendwie bricht das auch nicht mehr Auch nicht mehr Okay Dann, ihr Ihr die Überlebenszeit Ähm Oh Gott, alles rüber Genau, alles rüber Ich hab das so einen kleinen Film eventuell gemacht Bisschen falsch angriffen Oh Gott Okay Habs schon gesehen Habs schon gesehen Ist es genug? Ist es genug? Oh Gott, oh Gott Meine Strategie ist definitiv nicht aufgegangen Wir brauchen neue Ritter Und definitiv noch mehr Leute Okay, komm Nächste Kavadrieger Angriff Wir brauchen Männer Wir brauchen Männer Wir brauchen so viele Männer Ah, bitte keine In der Morgen Wo, wo kriegt ihr so viel Geld auf einmal her? War hier irgendwie Ein Ausverkauf oder sowas? Euer König braucht dich und ich Sie braucht menschliches Kanonenfutter Ihr seid auserwählt, menschliches Kanonenfutter zu werden Nein, diesmal machen wir nicht Diesmal nicht Nicht, dass du uns jetzt lauter Sensenmänner machst Okay Wir sind auf die rechte Seite So schnell wie es geht Das Zeug reparieren Achso, wir haben es erst morgen Ach Gott, danke schön Habs noch irgendwas übrig gehabt? Danke Genau das, was der Arzt verschrieben hat Noch mehr Gedönse Okay Mauer muss stehen Die Mauer muss nicht weg Die Mauer muss stehen Die Königin befiehlt dem Bau einer neuen Mauer Nimmt alles mit, nimmt alles mit da oben Ist mir egal Äh, ist mir vollkommen egal Ah, verdammt noch eins Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr Lauter Bogenschutz für die Zukunft Ja, ich weiß, du gehst mir ziemlich viel gerade Ah, komm schon, komm schon Mensch Kein Stückchen Grün Ah, danke Da kann ich gerade sagen Wird sie überhaupt nichts mehr Okay, mitkommen Reparieren Reparieren Das ist immer noch alles üblich Reparieren Moment, ich habe ich gesehen, Junge Hier geblieben Ach Gott, du wieder Okay, ganz schnell Ganz schnell Fressen Ganz schnell Fressen Dann kriegen wir von links noch ein paar weitere Bauern Ich meine links Das, ähm, sagt es mir Ist nicht viel portal Müsste ja eigentlich ziemlich weit weg sein Oh Gott Oh Gott, wo kommt ihr auf einmal her Sag mal, wo kommt ihr denn her Oh Gott Ich habe kein Geld mehr Ich habe kein Geld mehr Okay, ich muss zurück, ich muss zurück, ich muss zurück Gib mir Geld Bau und ich habe gesehen, ihr habt irgendwo noch Geld Du Das wird nicht ganz ausreichen, wahrscheinlich Mit nicht ganz meinig, wahrscheinlich Oh, ja Überhaupt nicht Okay, ihr wirst um Wenn du oben bleibst, könntest du schon mal von oben runterschießen Ähm, haben wir noch ein bisschen was Du hier Das könnte ausreichen Oh Gott, ein Blutmund schon wieder Ich halte euch erst ein Oh Gott, lass mal dass sich an meine ganzen Leute in Ruhe Ich brauch mehr Geld Ich brauch definitiv mehr Geld Lungs, ich schaut mit euch Ich hätte gedacht, das nächste Portal wäre ein bisschen weiter weg Au Oh Gott, nein, nein, nein Nein, 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 nein Meine Krone, meine Krone Meine Krone Definitiv meine Krone Ähm, ähm, hast du was? Du irgendwie? Ich auch nicht Ja, du hast was Ich hatte vorzustecken ist nicht gut Ganz so gar nicht gut, sogar geht ergeben mein gott nein sie fressen die leute einfach auf ach komm schon ernsthaft ihr müsst zurückgehen ihr müsst zurückgehen die machen wir auf einmal schaden scheißen dreck das ist zu viel schaden auf einmal entschuldigung fürs fluchen tut mir leid wollte ich nicht weil ich garantiert nicht sache ist im aufbau begriffen es müssen nur noch bauarbeiter nach drüben hingehen das heißt ich brauche ganz dringend nicht nur katapult sondern auch ein paar männer ganz ganz dringend sogar dankeschön so an sich noch ein paar mehr leute egal von was egal von was ich brauche leute habt irgendwas so gut wie nichts mehr okay gut mit dem mitnehmen diese elendigen gesichtsfresser auch alles außer gesichtsverhalten moment du kommst mit genauso wie du mit kommst und du mit kommst diese mauer links wieder zu bemanen wird ewig ein neuer tag dauern weil ich noch mal die mauer links irgendwie angreifen und einreißen stimmt weil ich wahnsinnig bin definitiv weil ich wahnsinnig bin okay wir kommen noch ein nach übernehmen können danach heißt es nämlich beenden und rennen lassen denn oh gott ist so spät fast wie eine neue folge hochstellen dass ich muss rente und hochstellen und hochladen und so viele dinge gleichzeitig hat jemand zu euch geld keine mit nichts im gepäck reißen wir voran was irgendwas auch nicht und gerne von euch was ich muss meine armee aufbauen jungs hat mich verarschen vorhin gab es doch noch so viel dankeschön ihr habt definitiv was definitiv besser gibt es noch mal irgendwas hier etwas ein kurzes telefonat später und jede menge geldbeutel später sind wir wieder da und müssen mit anziehen das hier doch noch ein bisschen was am leben ist hier ist auch noch so weiter aber es steht noch nicht alles die mauer hier vorne steht immer noch nicht er sagt mir geblieben ihr bleibt alles schön da ihr bleibt schön da mitkommen kurz was essen und was trinken es kann nicht sein das tor ist doch jetzt gestört worden das tor ist mehr als gestört worden so arg weit hinter kann doch auch wiederum nichts sein ach gott ich bin einfach nur froh sobald die mauer hier steht alles andere möchte schon gar nicht mehr die verteidigung wo stehen kein blutmund ich bin darf kein blutmund ok dankeschön jetzt werden zumindest nach und nach die sachen hier wieder aufgebaut kriegt noch ein bisschen geld und wie meine leute zu schützen vielleicht dankeschön vielen lieben dank wir können auch noch weiter zurück gehen eigentlich egal was kommt es sollte soweit wieder sicher sein die leute kommen nach und nach vor die truppen kommen nach und nach vor ihr könnt doch irgendwas zu menschen zu ende bauern jungs ok du hast nichts und du auch nicht die feld hier vor ist ziemlich leer das heißt wir könnten noch ein bisschen was auf motzen hier ja dankeschön alles was ich kriegen könnte alles ja damit alles her damit kommt das geht hier her so habt ihr noch was sie hier dankeschön und du vielleicht noch was nichts mehr geht noch nichts jedes kleine bisschen hilft mir schon dabei mein krieg wieder aufzubauen mit dem jetzt zum beispiel nicht alles kaputt gemacht die hundlinge so einmal dich hier voll machen das kann man auch noch machen warum nicht wir brauchen wieder etwas nachschub zwar mit dir und mit dir und den anderen kollegen auch noch und wenn wir es sehen auch den händler ich bin soweit zu sagen der händler darf auch noch mal kommen habe ich absolut nichts einzuwenden gegen was ich was habe ist das wird schon wieder keine puste haben ach der händler war erst da ok gut ja dann egal dann egal hat er irgendwas voll gemacht wahrscheinlich die hammer wieder wie ich ihn kenne genau das was ich an dieser stelle nicht so ganz benötige gut es waren die senzen wobei es sind ziemlich viele bogenschütze entgegen gekommen es können wirklich bogenschütze gewesen sein spekulation über spekulation das ist eigentlich der angriffstur ist kleine aber feinstätten recht natürlich rechts angreifen nix rein gar nix stimmt was mitgebracht jetzt du nicht egal zumindest ein bisschen was können machen normal das ist eigentlich kein bisschen gefehlt heißt müssen mal kurz auf die andere seite noch mal rüber und dafür sorgen dass wir reicht nicht ganz aus irgendwo ja da ist doch der rubel am rollen da ist sogar noch mehr am rollen so danke danke als als ja diesmal könnte mich mehr als voll an es kommt immer so sehr vor wenn auf einmal 5000 arbeiter und soldaten von links nach rechts gehen beziehungsweise eher die ganzen arbeiten nur hier sind alle gut jetzt alle gute sehr gut wunderbrechtig wunderbar mehr bogenschützen sollte sein oh gott ein unwetter zieht auf ob es gut ist oder nicht das kann ich gleich nichts sagen er sagt jetzt schon wieder keinen bock was zu machen kein überleben schluss habt ihr nicht bei so viel feuerbraut die wir euch hingegen bringen ok es bricht mindestens hergeben hergeben hallo ich bin die königin mein gold nicht eins dankeschön hier bringt mir auch nichts entgegen ein bisschen mehr noch dann könnte bereits noch mal wieder etwas mehr verstärkung holen weil ausdrücken brauchen wir jetzt erstmal nicht ist das erstmal kräfte zusammensparen und schauen dass wir so irgendwie über die runden kommen und die frage ist natürlich haben sie es geschafft das ding hinten aufzubauen nichts tut auch nicht irgendjemand von euch ah da oben hocken ein paar drin hier habt du hast auch schon was gemacht hauptsache natürlich eingenommen jede menge kohl bekommen na du hast nichts gemacht ah doch hier können wir uns von linken seite ein paar leutchen holen einfach wenn sonst gerade überhaupt nichts zu tun ist hier noch ein bisschen was einreißen aber sonst war es das auch schon mitkommen mitkommen und sagen hey helden statue du wirst aufgepumpt und zwar richtig aufgepumpt beziehungsweise wo ist denn hier ah hallöchen aber auch genau das was der arzt verschrieben hat oh sogar oh verdammt ernsthaft astronauts ernsthaft oh gott okmut schützen ihr müsst stärker wer toll Okay ich muss mich Upper site ein kleines bisschen musik wie bei kopfschau mach ich nicht irgendwas böses zu sein ich glaube es liegt am nebel anders kann ich mir das jetzt nicht erklären warum jetzt hier schon wieder die ganzen viecher auftauchen heißt linke seite ist dankeschön mehr als safe ich kann den hier noch etwas abgeben damit ihr auch noch gut über die runden kommt wenn ich nicht da bin heute gibt es eine kurze ehrenrunde in der wir unser ganzes repertoire an ausrüstung aufmerzen werden ich für euch dann sagt schluss finito das war's die aufnahme muss erst mal durchgerendet werden dankeschön dankeschön also nicht brauchen kann kann ich alles gut gebraucht so bei der kraft von grey skull dieser hammer wird episch sein das nutzen könnte man denken dass ganz die ganze boden fauna wert tot genug ich habe genug ich bin wegen überführung geschlossen ich weiß ja ab und mögt mir das geld nur gegen den kopf schmeißen aber am und an auch selbst ich meine auszeit und man kann ja glaubt nur tagsüber abspeichern das heißt wir müssen sowieso gerade warten bis die leutchen hier soweit fix sind schön gibt es wahrscheinlich doch so ja oh ja das große baby kommt noch ouch sage mal ich habe spinnst ein bisschen auch drecksergländiger so heute ich wollte ich mal sagen zurück oder auch nicht verdammt hat ihn flussreich geschossen oder was ok muss man so wenn man mal wieder auf wunderbar ein neuer tag ein neues glück wir holen uns zwei leuchten hier und nur ernsthaft ist jetzt beide genommen dankeschön und überlegen uns was wir als nächstes machen werden auf jeden fall mal den hier auf pumpen und ja mehr weiß ich gerade auch nicht zack zack weil bis meine leute dahinten sind das ding ist aktiv da brauchen wir nicht nach hinten laufen der weg bis dorthin ist auch ewig unter tage lang heißt wenn wir irgendwann greifen dann gehen wir nach links heißt wir werden auch ziemlich viel abholzen müssen heißt aber auch wir müssen hier noch mehr leute zusammen kann in dem sinne aber hoffe ich werde viel spaß beim zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder einschalten will es da aber macht es gut und wie immer tschüss hier steht auch nur um ihr gerade